Hallo und willkommen zurück. Ein Freund möchte ins Theater gehen. Aber du findest den Vorschlag nicht so gut. Was kannst du dann sagen? Möglichkeit Nummer 1. Das finde ich nicht so gut. Ich habe eine andere Idee. Das ist kein guter Vorschlag. Das ist keine gute Idee. Nein, dazu habe ich keine Lust. Ich würde es besser finden, wenn wir zu Hause bleiben. Wir können auch zu Hause bleiben. Es wäre besser, wenn wir zu Hause bleiben. Ich schlage vor, dass wir ins Kino gehen. Du kannst auch sagen, wir könnten doch ins Café gehen. Jetzt nehmen wir an, wir mögen den Vorschlag unseres Freundes. Also, wir finden den Vorschlag gut. Ja, ein paar Beispiele. Okay, das machen wir. Das ist eine gute Idee. Das ist ein guter Vorschlag. Das gefällt mir. Das finde ich super. Du hast recht. Das machen wir so. Ich bin dafür. Und jetzt sagen wir mal, dass du nicht sicher bist. Dann sagst du. Ich weiß nicht. Vielleicht sollten wir zu Hause bleiben. Das ist ein ganz guter Vorschlag. Aber das habe ich noch nie getan. Das ist ein ganz guter Vorschlag. Bis zum nächsten Mal. Ich bin dafür. Nein. Ich bin dafür.